Hallo und Herzlich Willkommen! Wir haben es in den Kommen! Das ist die kürzeste Runde, die wir jeweils hatten. Konami ist gelieft. Voll wie sie ärgern. Aber gut, das sieht gut aus. Ihr seht Wiles von vorne. Und dann kommen diese Punkte. 9000 Punkte habe ich bekommen. War es? Ja, ich habe das voll verdient. Ich lade die Folge hoch. Dafür habe ich noch mehr Spaß gemacht. Das war eine tolle Runde. Ja, das war super. Bis dann. Wir sehen uns dann. Bis morgen. tschau